hier ist es oder besser gesagt hier sind sie beide schaut euch an ich muss die kammer etwas weg so wie geht das ja so naja ihr seht euch hier den dicken schnapper er freut sich auf seine mahlzeit hier ist auch einig weiß es ist von mike hoffmann oder hoffmann ja ja meine etwas dick bäuchige freizügige zauberin ist natürlich alles ein bisschen hier wie sagt man nicht sterilisiert sondern alles besser darstellt ist als in der realität also also für für den bauch ist hier ganz schön muskulös ich glaube nicht dass das in der realität so ist sie gut aus alles gefällt mir dieser zeichen stil mike hoffmann adaptiert den zeichen stil hier von 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 olle frankfrasetter ja hier das sketchbook sketchbook hat das teil also das olle frankfrasetter da sieht ja fast genauso aus sein typisch was von feuer und eis packen sie jetzt aus packe ich es aus muss ja das handy auf geht's da ich nehme das andere weg ich glaube man muss das so halten damit man vorsichtig wie ein chirurg ich bin ganz aufgeregt auf die folter spannen finger vor der kamera es geht gar nicht so damals jetzt nichts frei ganz freizügig ja ich würde sagen das soll es dann auch erst mal gewesen sein also bleibt sauber und lasst euch nicht wegschnappen macht's gut euer lefty ja 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 ja